Da kommt ein Panzerwagen. Schmerzt daran, den wir sie scheißen. Ja, dann doch. Haha, die sind einfach zu gut. Ich bin doch nach vorne. Okay, das ist schon gefährlich, ja? Ja, rar. Ein Raketenwerfer. Hast du die Schilder nicht gesehen? Einmal reparieren. Was ist los? Wie ist hier nur jemand? Oh, Ben. Ah, du warst halt mit der Panzerfaust. Au. Oh, scheiße. Ein Panzer. Der ist kaputt. Ah, da hinten ist ein Panzer. Oh, jetzt passen wir doch auch durch. Fahren wir einfach weiter. Merkt keiner. Ei, ei, ei. Hallo. Oh, ho. Jo, ich. Nein. Ach, wir haben ja kein Reparaturgerät mehr. Habe ich ja abgegeben. Überall Russen. Gegner am Boden. Ich würde mal sagen. So. Da ist eine Kiste drin. Macht sie alle. Oh, perfekt. Ah. Einmal noch das andere Haus untersuchen. Ei, Munition. Perfekt. Das, was da anrollt, ist nicht perfekt. Einmal. Es ist doch Wahnsinn! Hier. Ja. Warum sind hier so viele Panzer? Ich wette, wir nähern uns irgendwas Wichtigem. Ja, nähern uns was Wichtigem. Sehr gut. Die sind doch kaputt. Egal, da kümmern wir uns manuell darum. Und der Mörser. Okay, rennen wir einfach hin. Das passiert schon nichts. Ja, das dann zu. Da passiert schon nichts. Tauch ab! Tauch ab! Tauch ab! Warte. Ey, lass mich... Irgendwie scheint er es nicht zu mögen, wenn ich ihn rumringe. Oh Gott. Daniel, wir getroffen jetzt. Drei, zwei, eins. Der lebt noch. Warten wir, bis das Mörser-Gerät wieder aufgeladen ist. Oh, da ist ein Panzer. Das ist unser, der ist so eindriviert. Staub wegmachen. Oh, der ist ganz nah. Oh, ist noch einer. Ich glaube, der hat uns gemerkt. Bemerkte. Nein. Ja, bitte, komm. Okay, der ist sogar weg. Okay. Gehen wir einfach mal hier weiter. Da betrachten wir unser Wunderwerk. Ei, da war Uri Geller am Werke. Wie der Gerät heißt. Nen, nena. Oder der Unsichtbarkeitsmantel von Harry Weinfurt. Hm, hm, hm. Ah, da hinten ist schon das rote Signälchen. Dann müssen wir uns wieder sammeln und eine Gruppenbesprechung durchführen. Aber vorher lade ich mal hier mein Gerät. Ei, ei, ei. Schön, schön. Ziemlich schwer bewacht. Und wir? Ziemlich schwer bewaffnet. Gehen wir da wirklich rein? Ich weiß, dass die Laster da drin sind. Ich weiß es einfach. Okay, sehen wir uns die Sache mal näher an. Hm. Weiter! Scheiße! Sicher den Rücken. Scheiße! Brauche Deckung! Versorgungseinheiten! Große Knarre, kleiner Knall. Ja. Ich gehe los! Ich will mal gucken, was die da auf der Brücke für Waffen haben. Aber das kontrollieren wir, nachdem wir diesen Silster hatten hier. Oh! Eier, der war sehr elegant. Getötet haben. Ja, Liberale sind schon was ganz Schlimmes, ey. Die FDP, ei. Wahnsinn, bei Plutz gibt's die kleinen Preise, ey. Eier, Eier, Eier. Kollegas. Ach, du warst dort. Eier, das wollte ich haben, genau. MG 36. Ja, so gefällt mir das schon besser, ey. Mann am Boden! Laden wir das einmal nach. Ja, mach! Mach, so schaffen wir das nicht. Das Baby braucht Futter! Ich hoffe mal, der ist weg. Er sollte aber weg sein. Ab nach oben, ich möchte wieder auf die Treppe. Vielleicht ist da noch was Schönes für meine MG 36. Ah, ein schönes Gerät. Ja. So. Ey, da haben sie sogar ein schönes Visier drauf geklatscht. Also muss man mal sagen. Da vorne ist Munizio. Eie.